Auf das Wetter diese Woche, da haben sich die Kinder schon seit dem Herbst gefreut. Endlich mal wieder Schnee bei uns. Und auch wenn es für uns Erwachsene, die wir mit dem Auto zur Arbeit oder zu Terminen müssen, nicht immer einfach ist, winterliche Idylle, die ist auch für uns etwas Schönes. Auch die Bibel erzählt vom Schnee. Auch wenn in Israel das Klima normalerweise deutlich wärmer und trockener ist, finden wir einige Stellen zum Thema Schnee. Eine besonders schöne, die steht im Psalm 147. Gott lässt Schnee wie Wollflocken fallen. Den Reif streut er wie weiße Asche aus. Eisbrocken lässt er im Hagel niedergehen. Vor seinem Frost, wer kann da bestehen? Er schickt sein Wort und das Eis schmilzt. Er lässt seinen Tauwind darüber wehen. Das Wasser beginnt wieder zu fließen. So schöne poetische Worte, die kannten die Menschen schon einige hundert Jahre vor Jesus. Und ich hoffe, dass das Wetter diese Woche bei Ihnen auch zur Entschleunigung geführt hat und nicht zu Frust. Bleiben Sie behütet, Ihr Gabriel Schäffer Gehirn Untertitelung. BR 2018